Und als nächste Rednerin zu Wort gemeldet ist Alma Satic, Abgeordnete der Liste Pilz. Vielen Dank, Frau Ministerin Hohes Haus, geschätzte Mitglieder der Bundesregierung. Ich hätte es mir nie gedacht, dass wir hier eine Debatte über die Pressefreiheit führen müssen. Ich hätte es mir auch nie gedacht, dass wir eine Debatte darüber führen müssen, wie Sie, Herr Innenminister, die Berichterstattung in Österreich lenken wollen. Als Sie angelobt wurden, haben wir gewusst, dass Sie als Mastermind hinter den bekannten FPÖ-Slogans wie Daheim statt Islam und weiteren hetzerischen Aussagen das Mastermind sind. Wir alle haben aber gehofft, dass Sie Ihr Amt als Minister gewissenhaft ausüben werden, unsere Gesetze und unsere Verfassung achten werden. Aber immer und immer wieder wird uns das Gegenteil vorgeführt. Diese Woche hat uns ja eine E-Mail erreicht von Ihrem Ministeriumssprecher, die wirklich auf eine beispielhafte Art und Weise vor Augen führt, wie weit Sie bereit sind zu gehen. Wie weit Sie bereit sind, unsere Gesetze und unser Staatsgrundgesetz zu missachten und wie weit Sie das gerade noch Zulässige verwenden wollen, um weiterhin Ihre hetzerische Politik zu betreiben. Wer Medien in gute und schlechte Medien einteilt, handelt wie ein Autokrat und nicht wie ein demokratisch gewählter Politiker. Und das hat heute bereits der Präsident der Vereinigung Europäischer Journalisten gesagt. Ein großer Vordenker und französischer Philosoph Voltaire hat es bereits vor 200 Jahren gesagt und formuliert, das Recht zu sagen und zu drucken, was wir denken, ist eines jeden freien Menschen Recht, welches man ihn nehmen könnte, welches man ihn nicht nehmen könnte, ohne die widerwärtigere Tyrannei auszuüben. Ein Innenminister, der dieses Zitat nicht beherzigt, ist eine ernsthafte Bedrohung für unsere offene Gesellschaft. Herr Innenminister, offenbar, wenn man sich die Vorgänge der letzten Monate, der letzten Wochen auch anschaut, offenbar orientieren Sie sich immer stärker an Ungarn oder an Polen. Aber einen Punkt möchte ich hier noch bringen, und zwar insbesondere möchte ich auf den Punkt einsteigen, wo es um Ihre Nichtweisung oder Ihre vermeintliche Nichtweisung ging, dass in den polizeilichen Presseaussendungen vermehrt die Staatsbürgerschaft der Täter oder der Verdächtigen genannt werden soll. Und auch, wo verstärkt die Sexualdelikte veröffentlicht werden sollen. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass statt die tatsächlichen Ursachen von Gewalt zu bekämpfen, sollten Sie lieber auf Panikmache verzichten, sondern mehr Geld in die Hand nehmen, um für Opfer zu sorgen, in Opferschutzzentren zu investieren und für Gewaltprävention zu sorgen. Stattdessen nehmen Sie lieber Geld in die Hand und führen sinnlose Grenzschutzübungen durch oder stecken das Geld eben in diese vorhin gezeigten antiterroristischen Verhaltensregeln. Ich möchte Sie auch daran erinnern, dass 80 Prozent sexueller Übergriffe im eigenen Haushalt passieren. Was tun Sie, 80 Prozent, 80 Prozent, was tun Sie, um diese Frauen zu schützen? Der Herr Innenminister hat doch das nötige Geld und auch das Mandat, diese Frauen zu schützen. Und wenn es um die Nennung der Staatsbürgerschaften geht, dann stelle ich mir schon die Frage, was es Ihnen bringt, wenn hier die Staatsbürgerschaft genannt wird. Gewalt ist Gewalt, Herr Innenminister. Es ist egal, von wem sie begangen wird. Aber was Sie damit beabsichtigen, ist klare Hetze und Spaltung. Es geht Ihnen um eine versuchte Manipulation und Lenkung der Berichterstattung. Es geht Ihnen schlicht und ergreifend um das Schüren von Vorurteilen. Ihr beispielsloser Angriff auf die Pressefreiheit letzte Woche hat mich dazu veranlasst, Ihnen heute zwei Geschenke zu machen. Zum einen habe ich hier einen Misstrauensantrag. Wir bringen hier mal einen weiteren Misstrauensantrag ein, weil es uns wichtig ist zu zeigen, wie schlimm wir das finden. Und deswegen, wenn wir den Misstrauensantrag, ich bringe hier einen Misstrauensantrag der Abgeordneten Peter Pilz, Alma Sadic, Freundinnen und Freunde, betreffend das Versagen des Vertrauens gegenüber dem Bundesminister für Inneres, der Nationalrat wolle beschließen, dem Bundesminister für Inneres, gemäß Artikel 74 Absatz 1, durch ausdrückliche Entschließung des Nationalrats, das Vertrauen zu versagen. Und das zweite Geschenk, das ich Ihnen heute mitbringen möchte, ist die aktuellste Ausgabe der österreichischen Bundesverfassung. Und ich habe hier auch natürlich das Staatsgrundgesetz markiert und insbesondere Artikel 13 und möchte Ihnen diese heute auch überreichen, damit Sie vielleicht noch einmal nachlesen, was in unserer Bundesverfassung steht. Vielen Dank. Applaus Alma Sadic von der Liste Pilz bringt einen weiteren Misstrauensantrag gegen Innenminister Kickl ein. Der Misstrauensantrag ist ordnungsgemäß eingebracht, steht dann auch zur Abstimmung.